Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Ausgabe der ÖPNV News. Schön, dass du heute wieder da bist. Wir haben ein neues Update von DRAMSIM. Wir haben ganz viel französischen Kram dabei. Und natürlich, DRAMSIM World hat auch wieder seine Roadmap veröffentlicht. Das alles und mehr gibt es jetzt hier in den News. Damit starten wir direkt mit DRAMSIM und hier gab es ein neues Update am Freitag, den 13. wo das Ganze veröffentlicht wird. Die Version 1.03 und hier wollen wir mal ganz kurz mal rüberschauen. Die Repaint-Mapping wurde jetzt geändert. Es können jetzt auch Fenster repainted werden sowie Materialeigenschaften festgelegt werden. Ebenfalls sind jetzt Türen einzeln repaintbar und das gespiegelte Mapping wurde korrigiert. Achtung, hier bereits erstellte Repaints müssen auf die neue Vorlage aktualisiert werden, damit sie wieder korrekt aussehen. Die Grafikeinstellungen werden nun endlich tatsächlich richtig gespeichert. Dafür bitte einmal die Grafikeinstellung zurücksetzen und dann nach Belieben wieder einstellen. Die Deformation der Straßenbahn wurde etwas verbessert. Aktuell nur eine Zwischenlösung, die den Nebeneffekt hat, dass der zweite und vierte Wagenteil vibrieren. Wenn man in die First-Person-Perspektive in den Wagenteil geht, wir arbeiten noch an einer finalen Lösung. Das Blockieren der Türen durch ein- und aussteigende Fahrgäste wurde leicht verbessert, sodass nun in mehr Situationen stecken gebliebene Fahrgäste, die spawnen. KI-Zweige sind nun wieder häufiger unterwegs. Verhalten der KI-Autos bei Klingeln wurde verbessert. Alle Fahrgäste steigen jetzt bei Stefan-Fahrdinger-Platz aus. Türaufkleber sind jetzt auch von innen zu sehen. Fehlende Folientexturen im vierten Wagenteil in dem Monitor bei Fensterwohnen ergänzt. Der Hartmittelpunkt in freier Ansicht ist jetzt schärfer und immer richtig zentriert. Verkehrszeichen beim Raditz geplatzt haben. Die Schilder für die maximale Durchfahrtshöhe jetzt auch die richtige Höhenangabe. Und so weiter und so fort. Hier gibt es noch eine ganze Latte. Die kompletten Change-Log packe ich euch unten in die Videobeschreibung mit rein. Falls euch das Ganze interessiert, schaut es doch dort vorbei, damit ihr up-to-date seid. Was das neue Tramsim-Update angeht. Kommen wir mal zu einem weiteren Add-On. Und zwar Dofter Games hat diese Woche offiziell das LGV-Mediterran-DLC für Trainsim World 2 angekündigt. Im Add-On enthalten ist die Strecke Linie à Grand Vitesse-Mediterranée. Eine am 7. Juni 2001 eröffnete 251,4 Kilometer lange französische Hochgeschwindigkeitsstrecke, welche die Region Provenz-Alp, Côte d'Azur und Ovenet-Rhône-Alp verbindet. Als Fahrzeug soll der TGV Duplex ein bis zu 320 Kilometer pro Stunde schneller 200 Meter langer doppelstöckiger Hochgeschwindigkeitszug mitgeliefert werden. Auf der Strecke soll das französische Zugsicherungssystem KVB Original-Krattro umgesetzt sein. Ein Release-Termin ist noch nicht bekannt. Sobald es neue Infos dazu gibt, halten wir euch selbstverständlich auf dem Laufenden. Gehen wir weiter. Ein Add-On, welches wir bereits schon ein bisschen berichtet hatten von. Und zwar gibt es hier neue Infos zum BR-420. Es gibt ein kleines Video zur Baureihe 420 für Trainsim World 2 von Trainsim Germany. Im Video sieht man die sehr detaillierte Animation der Klappfenster. Außerdem wurden in den letzten Tagen bereits einige Bilder aus der Entwicklung der Baureihe 420 gepostet. Wie es aussieht, wird es auch eine Variante mit Taschenschiebetüren und mit Beigen Farbkleid geben. So wie es aussieht, erwartet uns da ein echt detailliertes Fahrzeug. Wir sind gespannt, wie sich der 24er in TSV 2 steuern wird. Freut ihr euch auf die Baureihe 420 für Trainsim World 2? Schreibt es uns doch gern in die Kommentare. Kommen wir zur Roadmap von Trainsim World 2. Denn auch hier hat man sich nochmal dazu geäußert, wie alle zwei Wochen immer. Am 10. November ist mal wieder ein Update der TSV 2 Roadmap erschienen. Die Strecken GDF R701 Great Western Express und GDF R501 Northern Transpain Manchester Leeds sind nun im Rahmen der Preserved Collection erschienen. Außerdem erscheint eine neue Loco-Addon, die Baureihe 363. Das war soweit alles Wichtige zur Roadmap. In zwei Wochen wissen wir hier wieder mehr. Kommen wir zur Omsi. Denn auch hier hat man sich wieder dazu geäußert, es gibt mal wieder was Neues. Neben der Omsi-Map Saint-Servin befindet sich eine weitere französische Strecken-Erweiterung für den Omnibus-Somunat der Omsi 2 in Entwicklung. Das Elrn Grand Paris Moulin führt den Spieler in das Gebiet südlich von Paris. Im Süden des Departments befindet sich das französische Silicon Valley. Hier gibt es viele Firmen und Start-ups aus dem digitalen Bereich, die sich mit der Welt von heute und morgen beschäftigen. Daher wechselt die Bebauung der Landschaften in der Omsi 2-Map auch schlagartig von modernen Geschäftsgebäuden zur französischen Kleinstadt-Idele oder typischen Dorfcharakter. Aktuell sind insgesamt 13 Linien geplant von Stadt bis hin zur Überlandlinie sowie einige Shuttle- und Schulbuslinien. Mitgeliefert wird ein Solobus C2 NGT in verschiedenen Ausführungen. Weitere Informationen befinden sich auf unserer neuen Produktseite zum Omsi 2 Elrn mit dem Express 90.06 durch Frankreich. Einen genauen Releasetermin sowie Preis und exakte Ausstattung steht noch nicht fest. Mehr dazu findet ihr selbst auf der Harlicon-Seite, der Link ist unten in der Videobeschreibung mit dabei. Und kommen wir noch zu einem weiteren ausländischen DLC für das Wailing-Pack. Es sind neue Bilder erschienen und eine Probe vom Sound. Das könnt ihr euch dementsprechend natürlich anhören, falls euch das Ganze interessiert. Der Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung mit rein. Aber ihr seht, das DLC wächst und gedeiht und so lange kann es wohl nicht mehr auf sich warten lassen, denn wir sind jetzt hier schon beim Sound angekommen. Also gebt dem Ganzen noch ein bisschen Zeit und dann haben wir weitere neue britische Busse auch in Omsi. Und damit sind wir dann auch schon am Ende unserer News angekommen. Viel war nicht tatsächlich, aber jetzt, ja, viel zu kurz vor dem Weihnachtsgeschäft, da kehrt man jetzt so ein bisschen langsam den Rücken der Arbeit zu und dementsprechend lassen wir uns mal überraschen, was in der nächsten Woche passiert hier. Wie gesagt, diese Woche ist auch noch PlayStation 5 Release, also am 19.11. unbedingt dann mal vorbeigucken hier bei uns auf Game Channel LP, denn da werden wir das Ganze nämlich zusammen auspacken. Ich freue mich drauf, vielleicht seid ihr mit dabei, würde mich freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Restsonntag. Bis denn, tschüss! Bis denn, tschüss!